Tagesordnungspunkt 23. Antrag Fraktion der AfD Neubenennung eines hessischen Mitgliedes für die verbleibende Amtszeit der siebten Mandatsperiode im Europäischen Ausschuss der Regionen. Das ist die Drucksache 25221. Auch hier haben wir vereinbart, den Antrag ohne Aussprache direkt abzustimmen. Ich frage, wer stimmt dem Antrag zu? Das ist die AfD und der fraktionslose Abgeordnete her. Wer stimmt dagegen? Das sind CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und die Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist der fraktionslose Abgeordnete Gaf, damit abgelehnt. Tagesordnungspunkt 38. Dringlicher Antrag Fraktion der CDU, Fraktion der SPD, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion der Freien Demokraten. Das ist die Drucksache 275 aus 21. Neubenennung eines hessischen Mitglieds für die verbleibende Amtszeit der siebten Mandatsperiode im Europäischen Ausschuss der Regionen. Auch hier, wie eben schon vereinbart, den Antrag ohne Aussprache direkt abzustimmen. Ich frage daher, wer stimmt dem dringlichen Antrag zu? Das sind CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich? Das sind die fraktionslosen Abgeordneten, damit so angenommen.